Musik Machst du dir auch manchmal Gedanken über deine Zukunft? Man sagt ja, die Zukunft ist, was wir daraus machen. Wir bei «Energie 360 Grad» sind gerade die Energieversorgung und das Buh. Bis 2040 wollen wir nur noch ernührbare Energie liefern. Und was hast du gemacht? Mach mit bei der dritten Staffel von «Energiefilm Zürich». Das Motto in diesem Jahr ist «Meine Energie, unsere Zukunft». Drei deinen eigenen Film dazu. Zeig, was wir aus der Zukunft machen können. Unterstützt bei dieser Filmproduktion wirst du von nabenhaften Filmprofis mit einer Oscar-nominierten Filmemacherin, einer Schauspielerin mit internationaler Erfahrung und einem coolen, kreativen Team von Werbeschaffern. Alle Filme werden am Schluss von einer Jury beurteilt. Es gibt ein Event beim Zurich Film Festival und eine grosse Award-Night, bei der man vier Awards gewinnen kann. Es lohnt sich auch so, mitzumachen. Die Filme der Award-Winner der letzten beiden Staffel haben über 100'000 Personen im Kino gesehen. Jetzt bist du dran. Du hast es selber in der Hand. Mach aus deiner Idee, aus deiner Botschaft deinen eigenen Film. Also, mach mit. Die Zukunft ist, was wir daraus machen. Mit deiner Energie! Bis zum nächsten Mal.